Als die Sonne über einem zerstörten Europa im Nachklang des Ersten Weltkrieges unterging, wurden die Geburtsschmerzen einer albtraumhaften Realität in ganz Deutschland gefühlt. Aus diesen turbulenten Zeiten ging die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei hervor, umgangssprachlich als die Nationalsozialisten bekannt. Im Jahr 1933 unter der bösartigen Führung von Adolf Hitler und seiner Gruppe rücksichtsloser Stellvertreter wie Heinrich Himmler und Josef Goebbels errichtete Nazi-Deutschland ein Gebäude der Tyrannei, Intoleranz und beispielloser Grausamkeit. Stellen Sie sich das vor. Das Jahr ist 1939 und Sie sind ein Bewohner von Berlin. Die Kristallnacht, die berüchtigte Nacht der zerbrochenen Gläser, ereignete sich erst ein Jahr zuvor und markierte eine Eskalation des staatlich gesponserten Terrors. Können Sie sich überhaupt die Tiefen des moralischen Verfalls vorstellen, in den Sie verwickelt wären? Würden Sie es wagen, in einer Gesellschaft, in der das Aussprechen zu Ihrem plötzlichen Verschwinden oder Schlimmerem führen könnte, eine abweichende Stimme zu sein? Wie der Historiker Ian Kershaw bemerkte, der Weg nach Auschwitz wurde durch Hass gebaut, aber durch Gleichgültigkeit gepflastert. Seine erschreckenden Worte unterstreichen den moralischen Bankrott, der es nicht nur möglich machte, sondern für den Durchschnittsbürger gefährlich war, im Dritten Reich zu überleben, geschweige denn Widerstand zu leisten. Begleiten Sie uns, während wir die beunruhigenden Wahrheiten über das Leben im Nazi-Deutschland aufdecken und die Maschinerie eines Regimes bloßlegen, das systematisch seine Bevölkerung entmenschlichte und das sehr Grundgewebe menschlichen Anstands dezimierte. Willkommen im Tagebuch von Julius Cäsar. Die eiserne Faust des Führers. Leben unter den wachsamen Augen des nationalsozialistischen Totalitarismus. Als Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Kanzler von Deutschland ernannt wurde, zündete er die langsam brennende Lunte der totalitären Herrschaft, ein beklemmendes Klima, in dem persönliche Freiheiten so selten waren wie eine abweichende Stimme. Innerhalb von Wochen wurde das Reichstagsbrandverordnung verabschiedet. Das wesentliche Bürgerrechte wie die Pressefreiheit und die Versammlungsfreiheit faktisch aufhob. Aber das war nur das Vorspiel zu einem Orchester der Unterdrückung, das im Ermächtigungsgesetz gipfelte, einem Rechtsinstrument, das die gesetzgeberischen Befugnisse an Hitler übertrug und ihm nahezu absolute Autorität verlieh. Treten Sie ein in die Gestapo, die geheime Staatspolizei, unter der Führung des finsteren Heinrich Himmler. Stellen Sie sich vor, Sie gehen durch die gepflasterten Straßen Berlins, im Bewusstsein, dass ein beiläufiges Gespräch mit Ihrem Nachbarn Sie wegen umstürzlerischer Aktivitäten in ein geheimes Gefängnis bringen könnte. Weder in Kirchen noch in Cafés würden Sie Trost finden, da die Überwachung allgegenwärtig war, von der Kanzel bis zum Kaffeetisch. Klatsch, so warnte ein nationalsozialistischer Slogan unheilvoll, kostet Leben. Die totalitären Tentakel erstreckten sich nicht nur auf öffentliche Plätze, sondern auch in das Privatleben. Ausländische Radiosender hören, das war ein Straftatbestand, der einer schweren Bestrafung würdig war. Selbst ihr Tagebuch war nicht sicher. Privat eingravierte Worte des Widerspruchs konnten Ketten werden, die sie fesselten. Literatur wurde genau geprüft und Werke von Autoren wie Thomas Mann und Erich Maria Remarque wurden als Beispiele für den undeutschen Geist während der berüchtigten Bücherverbrennungen ins Feuer geworfen. Apropos Geister, die Luft war dick von ideologischer Indoktrination. Hitlers Vertrauter, Josef Goebbels, inszenierte ein Propagandaorchester, das so allgegenwärtig war, dass es sich in das tägliche Leben einwebte. Radios waren nicht mehr nur Haushaltsgegenstände. Sie waren staatlich kontrollierte Instrumente, um die Propaganda des Führers in deutsche Haushalte zu leiten. Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin dienten als große Bühne, um Nazi-Deutschland als Utopie darzustellen, wenn auch eine, die unter ihrer eigenen Fassade bröckelte. Und vergessen wir nicht die Schulen. Kinder wurden nicht nur in Arithmetik und Grammatik unterrichtet. Sie wurden mit nationalsozialistischen Ideologien indoktriniert, um die Jugend auf den Dienst am Reich vorzubereiten. Die Hitlerjugend und der Bund deutscher Mädel wurden zu Kanälen, um junge Köpfe zu formen und eine Generation zu schaffen, die dem nationalsozialistischen Anliegen genau entsprach. Auch Intellektuelle und Gelehrte wurden nicht verschont. Akademische Freiheit war ein ferner Traum, da Universitäten von jedem Gedanken gesäubert wurden, der den nationalsozialistischen Idealen zuwiderlief. Professoren wie Martin Heidegger, der den Nationalsozialismus annahm, wurden zu ideologischen Torwächtern dieses intellektuellen Gefängnisses. Wenn sie Teil der Arbeitskraft waren, wurden sie zu einem Zahnrad in der Kriegsmaschine. Gewerkschaften wurden abgeschafft und durch die Deutsche Arbeitsfront ersetzt, um sicherzustellen, dass die Arbeitskraft streng kontrolliert wurde, für maximale Produktivität und minimalen Widerstand. Es ging nicht nur darum, Regeln zu befolgen, es ging um absolute Treue zur Ideologie und dem Mann, der sie schuf. In diesem Bereich war Neutralität Verrat, Schweigen war Zustimmung und Fragen waren Dolche, die gegen das Herz des Reiches gerichtet waren. Unsichtbare Tinte der Diskriminierung, die Nürnberger Gesetze und die Architektur der Apartheid. Der 15. September 1935 markierte ein Datum, das nicht nur Kalender veränderte, sondern einen Riss in die Seele der Menschheit gravierte. Versammelt in der gespenstisch-historischen Stadt Nürnberg, einem Ort, der sowohl für seine großartige mittelalterliche Architektur als auch für die später berüchtigten Kriegsprozesse steht, trat der Reichstag zusammen. Unter dem wachsamen Blick von Adolf Hitler entrollten sie eine Schriftrolle des Vorurteils, die Nürnberger Gesetze, ein rechtliches Manuskript, das nicht regieren, sondern segregieren, isolieren und eine gesamte Bevölkerungsgruppe vernichten sollte, die Juden. Die Tinte war kaum trocken, als das Gewicht der Gesetze herunterkam. Zwei Hauptstatuten bildeten dieses diskriminierende Duett. Das Reichsbürgergesetz und das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Es handelte sich hierbei nicht um Gesetze im herkömmlichen Sinne, sondern um soziale Todesurteile, rechtlich elegant verfasst von Hitlers treuen Juristen wie Wilhelm Frick und Bernhard Lösener. Stellen Sie sich die plötzliche Verdunkelung Ihrer Identität vor. Sie, der vielleicht für Deutschland im Ersten Weltkrieg kämpfte, der vielleicht Symphonien komponierte oder Romane schrieb, waren nun nur noch ein Untertan, kein Bürger. Eine entscheidende Nuance. Denn Untertanen hatten keine politischen Rechte, keine Stimme, keinen Halt in der Nation, die sie Heimat nannten. Albert Einstein, der leuchtende Physiker, gab seine Staatsbürgerschaft im Jahr 1933 auf. Ein Vorläufer der weitreichenden Entrechtung, die die Nürnberger Gesetze anderen brillanten Köpfen und gewöhnlichen Seelen zufügen würden. Dann kam die Flut der Definitionen. Wer war ein Jude? Wer nicht? Das Netz wurde mit jeder Klausel enger gezogen und erfasste schließlich jeden, der drei oder vier jüdische Großeltern hatte, unabhängig von seinem persönlichen Glauben oder dessen Fehlen. Es war, als würde die Abstammung zu einer gespenstischen Schlinge, die sich um sie legte, unabhängig von ihren Überzeugungen, Handlungen oder Beiträgen zur Gesellschaft. Doch diese Gesetze taten mehr, als nur die Staatsbürgerschaft wegzunehmen. Sie versuchten, die Sehnen der Gesellschaft zu durchtrennen, indem sie über Heiratsverbote rassische Reinheit durchsetzten. Verbietet jede Ehe zwischen Nichtjuden und Juden, verfügte das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre und warf einen Schleier der Isolation, der viele Liebesgeschichten unerzählt und viele Familien zerstört ließ. Das Private wurde politisch und die Wände des Schlafzimmers wurden so erdrückend wie die des Staates. Aber was ist ein Gesetz ohne Durchsetzung? Ach ja, das hatten sie auch abgedeckt. Spezielle Gerichte wurden eingerichtet und das Brechen dieser Gesetze wurde nicht nur zu einem sozialen Tabu, sondern zu einem Straftatbestand. Rassenschande nannten sie es, als könnte Liebe jemals das komplexe Erbe der Menschheit beflecken. Versteckt im Untertext dieser Gesetze lagen die Baupläne für den bevorstehenden Holocaust. In einer erschreckenden Äußerung erklärte Hitler einst, wenn es den internationalen jüdischen Finanziers innerhalb und außerhalb Europas gelingt, die Nationen erneut in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und somit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Die Nürnberger Gesetze waren also das Gerüst, auf dem diese verdrehte Ideologie ihren Turm des Terrors errichten würde. Die dunkle Alchemie der Eugenik, die unheimliche Suche des nationalsozialistischen Deutschlands nach Rassereinheit. In den schattigen Korridoren der nationalsozialistischen Ideologie existierte eine heimliche Doktrin, ein tödlicher Cocktail aus Pseudowissenschaft und Vorurteil, getauft als Rassenhygiene. Nicht zu verwechseln mit Sanitärwesen handelte es sich hierbei um Eugenik in ihrer makabersten Form. Der Samen dieser schädlichen Vorstellung keimte lange vor Hitlers Aufstieg. Unter dem Dritten Reich jedoch fand er fruchtbaren Boden, ungehindert von moralischen oder ethischen Zwängen. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Ihre genetische Zusammensetzung Ihr Schicksal ist, nicht nur eine Palette von erblichen Eigenschaften, sondern ein unauslöschliches Siegel, das Sie für das Leben oder den Tod qualifiziert. Betreten Sie das Reich der Aktion T4, einem Euthanasieprogramm, getarnt als Gnadentötungen, orchestriert von Ärzten wie Karl Brandt und Philipp Bowler. Diese Männer waren keine Einzelgänger. Sie waren wesentliche Teile im Rat des nationalsozialistischen Staates, denen Immunität gewährt und sogar ermutigt wurde, diejenigen zu eliminieren, die als lebensunwert betrachtet wurden. Vererbte Zustände wie Schizophrenie, Epilepsie und körperliche Behinderungen wurden unter dem T4-Programm zu Kapitalverbrechen. Es handelte sich nicht nur um ein Dekret, sondern um ein groteskes Theater mit Gaskammern, die als Duschräume getarnt waren und Todesurkunden, die gefälscht wurden, um trauernde Familien zu täuschen. Sogar Kinder wurden nicht verschont. Über 5000 fanden ihr Ende in Kinderstationen, die speziell für diesen düsteren Zweck entworfen wurden. Ziel war nichts anderes als die Massenvernichtung derer, die genetisch als minderwertig eingestuft wurden, ein schauriges Vorspiel zum Holocaust. Wenn das T4-Programm die Axt des Henkers war, waren Zwangssterilisationen der Strick des Henkers, der jede Möglichkeit defekter Gene für die nächste Generation erstickte. Durch das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses von 1933 eingeführt, wurden ungefähr 400.000 Personen sterilisiert. Ärzte wie Ernst Rüdin verliehen diesen abscheulichen Praktiken wissenschaftliche Glaubwürdigkeit, indem sie grobe, rassische Vorurteile hinter einer Fassade von statistischen Daten und genetischen Forschungen verbargen. Aber was passiert, wenn die Perversion der Wissenschaft zur Staatspolitik wird? Wir erleben Ereignisse wie das Reichsbräutigam- und Brautinstitut, eine echte Institution, die nicht Teil eines dystopischen Romans war, sondern eine unheimliche Realität. Hier waren die Ehen nicht nur eine Vereinigung der Herzen, sondern ein Laborexperiment vom Staat sanktioniert, um eine arische Nachkommenschaft zu produzieren. Wenn die Liebe im Nürnberger Gesetzen das Opfer war, war die Wissenschaft hier das Opfer. Man könnte denken, die Akademie würde sich erheben, aber Figuren wie Ottmar von Verschur, ein Wissenschaftler, dessen Name in den Fußnoten der Schande verbannt wurde, würden das Gegenteil behaupten. Verschur war ein Mentor für Josef Mengele, den Todesengel von Auschwitz. Gemeinsam pervertierten sie das noble Unterfangen der wissenschaftlichen Forschung zu einem albtraumhaften Spektakel, in dem sie barbarische Experimente unter dem Vorwand der Forschung durchführten. Tinte, Glas und Feuer. Die dunkle Symphonie der antisemitischen Propaganda und die Nacht der zerbrochenen Leben. Das Aufkommen des nationalsozialistischen Regimes brachte nicht nur einen Wechsel in der Regierungsführung mit sich. Es läutete eine Atmosphäre ein, in der Hass nicht mehr das Geschwätz eines verbitterten Einzelnen war, sondern eine gefertigte, staatlich gesponserte Botschaft. Der Maestro hinter diesem orchestrierten Bigotterie war niemand anders als Josef Goebbels, Hitlers Propagandaminister, ein Mann, dessen List seiner Bosheit entsprach. Als erfahrener Manipulator der öffentlichen Meinung verstand Goebbels die Macht des Wortes und noch unheilvoller des Bildes. Durch sorgfältig kuratierte Propaganda, die über Zeitungen, Plakate und das aufkeimende Medium des Films verbreitet wurde, komponierte er eine dunkle Symphonie, die versuchte, den menschlichen Geist mit ihren kakophonen Noten zu übertönen. Stellen Sie sich das vor. Kinder blättern durch Bilderbücher und finden den Bösewicht nicht als böse Hexe oder sinistren Zauberer, sondern als groteske Karikatur eines jüdischen Menschen. Der Der Stürmer, eine Zeitung, die für ihre groben antisemitischen Karikaturen berüchtigt war, fand nicht nur den Weg in die Hände von Erwachsenen, sondern auch in die formenden Köpfe der deutschen Jugend. Die Dämonisierung beschränkte sich nicht auf den Druck. Filme wie Jud Süß und Der ewige Jude zeigten auf der Leinwand ein Spektakel des Vorurteils, das Juden als untermenschlich und dämonisch darstellte. In einer Gesellschaft, die in solchen Bildern ertrank, war Hass keine Emotion mehr, es war eine Indoktrination. Und dann kam die Nacht, die diese verzerrte Erzählung in eine erschreckende Realität kristallisierte. Die Nacht des 9. November 1938, die in der Geschichte als Kristallnacht oder die Nacht der zerbrochenen Gläser bekannt ist. Der Vorwand war die Ermordung eines deutschen Beamten durch einen polnischen Juden, Herschel Grinspan. Aber die Wahrheit war, dass die Kristallnacht darauf gewartet hatte, sich im fruchtbaren Boden der antisemitischen Propaganda zu entwickeln. Als spontaner öffentlicher Ausbruch inszeniert, war es alles andere als das. SA-Paramilitärs, die Zivilkleidung trugen, um eine Illusion von massivem öffentlichen Handeln zu erzeugen, zerschlugen die Glasfassaden von jüdisch geführten Geschäften, brannten Synagogen nieder und verhafteten etwa 30.000 jüdische Männer, von denen viele später in Konzentrationslagern landen würden. Das Glas, das in dieser Nacht zerbrach, war jedoch nicht nur das von Schaufenstern oder Synagogenscheiben. Es war das Zerbrechen von Leben, Gemeinschaften und der Idee des Zusammenlebens. Stadtviertel, die einst vom unschuldigen Lachen der Kinder und dem freundlichen Geplauder der Erwachsenen widerhalten, waren jetzt Soundtracks für einen Horrorfilm mit Schreien, Sirenen und dem krachenden Geräusch von Vorschlaghämmern gegen Glas. Auch im Angesicht einer solchen offenen Brutalität setzte die Propagandamaschine ihre düstere Arbeit fort. Zeitungen stellten die Kristallnacht als gerechtfertigte Antwort auf jüdische Provokation dar. Es war, als wäre die Sprache selbst entführt worden, ihre Worte in groteske Formen verdreht, die nicht mehr für die Wahrheit standen, sondern für eine fabrizierte Realität. Es ist erschreckend zu bedenken, wie viele Menschen in der deutschen Öffentlichkeit, die bereits jahrelang in antisemitischer Propaganda eingelegt waren, diese Erzählung akzeptierten, deren moralische Kompassnadel so verzerrt war, dass sie in einen Abgrund zeigte. Die vergessenen Ausgeschlossenen, die anderen Gesichter in der Nazi-Galerie des Vorurteils. Im albtraumhaften Geflecht des nationalsozialistischen Deutschlands nimmt die Verfolgung der Juden eine besonders dunkle Ecke ein. Doch am Rande dieses düsteren Bildes befinden sich andere Gesichter, vergessen, an den Rand gedrängt, aber ebenso gequält. Dies war nicht nur ein Krieg gegen eine einzelne Gemeinschaft, es war ein Kreuzzug gegen die Vielfalt selbst. Ob sie homosexuell, Roma oder behindert waren, das Dritte Reich hatte keinen Platz für ihre Geschichte, außer als abschreckendes Beispiel dafür, wie die Gesellschaft nicht sein sollte. Stellen Sie sich, dass Berlin der 1920er Jahre vor, eine pulsierende Metropole voller Leben und Kultur, in der Sexualität mit einer für die Ära avantgardistischen Offenheit erforscht wurde. Springen Sie weiter in die 1930er Jahre unter der nationalsozialistischen Herrschaft. Und diese aufkeimende sexuelle Befreiung wurde erstickt, begraben unter dem Gewicht des Paragrafen 175 eines drakonischen Gesetzes, das Homosexualität kriminalisierte. In ganz Deutschland begannen rosa Dreiecke zu erscheinen, auf die Gefängnisuniformen von Männern genäht, deren einziges Verbrechen es war, anders zu lieben. In Konzentrationslager geschickt wurden sie oft einer brutalen Behandlung unterzogen, die über die ohnehin schon schrecklichen Normen solcher Orte hinausging. In den Augen von Heinrich Himmler, dem Reichsführer SS, waren Homosexuelle nicht nur Abweichler, sondern Bedrohungen für die arische Rasse, unwürdig der Fortpflanzung oder sogar des Lebens. Parallel dazu gab es die Roma- und Sinti-Bevölkerung, Menschen, die oft abfällig als Zigeuner bezeichnet wurden. Ihre Kultur war reich und nomadisch, geerdet in Musik und familiären Bindungen. Doch die nationalsozialistischen Propagandamaschinen stellten sie als kriminelle und soziale Parasiten dar. Die Zigeunerlager, wie das in Auschwitz, waren ein gespenstisches Zeugnis für diese bösartige Stereotypisierung. Ihre Musik wurde zu Klagen, ihre Freiheit zu fesseln und ihr Leben zu bloßen Fußnoten in den ausführlichen Annalen der nationalsozialistischen Grausamkeit. Inmitten all dessen war eine andere Gruppe, deren Schicksal wie ein leiser Unterton in einer Kakophonie oft unbeachtet bleibt, die Behinderten. Nach der verdrehten Logik von Aktion T4 wurden Menschen mit Behinderungen als lebensunwertes Leben betrachtet, eine Belastung für die Volksgemeinschaft. Krankenzimmer wurden in Hinrichtungskammern umgewandelt, in denen Ärzte sowohl als Richter als auch als Henker agierten, indem sie tödliche Medikamentendosen verabreichten oder Patienten in Gaskammern erstickten. Inmitten dieser Galerie des Horrors standen Figuren wie Victor Brack und Werner Heide, Ärzte, die ihren hippokratischen Eid verraten haben, um einer dämonischen Sache zu dienen. Was verbindet also diese unterschiedlichen Fäden? Ein Regime, das von Homogenität besessen war, besessen von der illusorischen Reinheit einer Herrenrasse. Hier war Propaganda eine tödliche Waffe, deren Bilder und Slogans am öffentlichen Gewissen arbeiteten, bis es taub wurde gegenüber dem Leiden des Anderen. Josef Mengele, der berüchtigte Engel des Todes, experimentierte nicht nur mit Juden, er nahm auch ein perverses Interesse an den Roma-Zwillingen, die das Unglück hatten, sich in Auschwitz zu befinden. Ebenso war das deutsche Volksempfänger, ein Sprachrohr der nationalsozialistischen Ideologie, nicht abgeneigt, Botschaften zu senden, die Homosexuelle und Behinderte als Feinde des Staates darstellten. Der Krieg gegen den Hunger, wenn Brot, Butter und Würde Mangelware waren, stellen sie sich eine belebte Berliner Straße Ende der 1930er Jahre vor. Es ist ein Füllhorn von Sehenswürdigkeiten und Gerüchen, von Metzgereien und Bäckereien, deren Fenster mit glänzenden Würsten und frisch gebackenen Broten geschmückt sind. Doch als Deutschland in den Zweiten Weltkrieg stürzt, würde dieses Bild des Überflusses zu einer Leinwand der Knappheit werden. Die Theke des Metzgers würde leer werden, die Regale der Bäckerei karg. Dies war nicht nur ein Krieg, der mit Kugeln und Panzern geführt wurde, es war ein Krieg gegen den Hunger, gegen einen heimtückischen Feind, der in deutsche Häuser eindrang und Esstische zu Schlachtfeldern machte. Im kriegszeitlichen Deutschland wurden Rationierungskarten genauso wichtig wie Geld. Diese rechteckigen Stücke Papier bestimmten, wie viel Brot, Fleisch und sogar Seife man kaufen konnte. Eine familiäre Ernährungskarte wurde nicht in der Küche, sondern in der labyrinthischen Bürokratie aufgestellt, die diese Rationen verwaltete. Spezielle E-Karten wurden Schwerarbeitern gegeben und boten ihnen zusätzliche Kalorien, während schwangere Frauen und Kinder zusätzliche Milchrationen erhielten. Dies war die perverse Vorstellung von Gerechtigkeit des Regimes, eine Gesellschaft im Krieg, geschichtet durch den Hunger. Die Ironie war offensichtlich. Hier war eine Nation, mitgerissen von Träumen von kaiserlicher Größe, und doch wurden ihre Menschen dazu gebracht, Grundlegendes zu tauschen. Knappheit war nicht nur ein Symptom des Krieges, sie wurde als Waffe eingesetzt. Besetzte Gebiete spürten dies am stärksten. Das nationalsozialistische Regime exportierte Lebensmittel aus eroberten Ländern zurück ins Vaterland und verschärfte den Hunger in bereits von Konflikten heimgesuchten Gebieten. In Orten wie der Ukraine und Polen wurden Felder, die einst Ernten trugen, zu Schlachtfeldern, deren Produkte beschlagnahmt wurden, um eine Armee zu ernähren, die nach dem Ethos des Lebensraums marschierte. Inmitten der Rationierung und Knappheit gedieh der Schwarzmarkt wie Unkraut in einer trostlosen Landschaft. Kaffee, dieses einfache Vergnügen, das viele als selbstverständlich betrachteten, wurde zu einem Luxusartikel und oft durch Ersatzkaffee ersetzt, hergestellt aus gerösteten Eicheln oder Zichurie. Eine Tafel Schokolade oder eine Packung Zigaretten konnten zu Verhandlungschips in einem Spiel mit Hohen einsetzen werden, bei dem es ums Überleben ging. Als wäre es aus den Seiten eines kafkaesken Romans gezogen, entfalteten sich heimliche Transaktionen in gedämpften Stimmen und schattigen Ecken. Bürger, die einmal stolz auf ihre gesetzestreue Natur waren, wurden zu widerwilligen Regelbrechern, getrieben von der Leere in ihren Bäuchen und der Verzweiflung in den Augen ihrer Kinder. Und wenn man von Kindern spricht, stellen sie sich die Auswirkungen der Rationierung auf die Verletzlichsten vor. Schulen wurden zu Arenen, in denen die Habenden und Nichthabenden nicht durch Noten oder Talente, sondern durch den Inhalt ihrer Brotdosen unterschieden wurden. Lehrer, bereits belastet durch einen durch Propaganda verzerrten Lehrplan, mussten sich auch mit den physischen und kognitiven Rückgängen ihrer Schüler auseinandersetzen, da die Unterernährung ihren Tribut forderte. Wenn ein Kind fragte, was gibt es zum Abendessen, war die Antwort oft eine schwere Stille, schwanger von unausgesprochenen Ängsten. Knappheit hatte auch eine psychologische Dimension, insbesondere für Frauen, die traditionell die Hausfrauen waren. Die Einfallsreichtum einer deutschen Hausfrau wurde täglich auf die Probe gestellt, während sie Rationierungskarten, Schlangen und die Herausforderung meisterte, Mahlzeiten aus kargen Ressourcen zu kreieren. Kochbücher dieser Ära lesen sich wie alchemistische Handbücher, die spärliche Zutaten in etwas Verzehrbares, wenn nicht Leckeres verwandeln. Dabei halte ein berühmter Satz aus den Kriegsjahren in ihren Köpfen nach. Notlösung. Die unbesungenen Helden dieser Zeit waren die Bauern, die trotz Treibstoffmangel und dem Fehlen männlicher Arbeitskräfte, die zum Krieg eingezogen wurden, weiterarbeiteten. Ihre Pflüge wurden zu Instrumenten des Widerstands gegen einen Feind, der ebenso unerbittlich wie unsichtbar war, der Hunger. Die unheimliche Symphonie, Gleichschaltung, das totalitäre Orchester des nationalsozialistischen Deutschlands. Gleichschaltung ist ein deutscher Begriff, der, obwohl er jeglichen Glamour vermissen lässt, eine kräftige Dosis Schrecken vermittelt. Übersetzt als Koordination war es der Mechanismus, der eine Nation in einen Monolithen verwandelte, ein Orchester von Denkweisen, das fein abgestimmt war, um nur eine Melodie zu spielen, die des Nationalsozialismus. Stellen Sie sich Deutschland als ein immenses Theater vor, bei dem der erste Akt das Reichstagsbrandverordnung im Februar 1933 war. Ein feuriger Einstieg, der sofort die bürgerlichen Freiheiten einschränkte, bereitete die Bühne für eine makabre Aufführung, geschrieben von Adolf Hitler und orchestriert von Josef Goebbels, dem Meister der Propaganda. Betrachten wir die inneren Kammern dieses schäbigen Theaters, in dem Institutionen wie Figuren in einem großen Schachspiel waren. Jeder hatte eine Rolle zu spielen und eine Abweichung vom Skript war undenkbar. Nehmen Sie zum Beispiel das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Einmal ein bloßes Regierungsbüro verwandelte es sich in eine monumentale Spitze, die lange dunkle Schatten über die Medienlandschaft warf. Zeitungsredakteure fanden sich gezwungen, der Reichspressekammer beizutreten, wo die einzigen Nachrichten, die zum Druck geeignet waren, diejenigen waren, die die Tugenden des Regimes preisten. Das war kein Journalismus. Es war das Schreiben für eine Dystopie, in der die Tinte mit Dogma getränkt war und Schlagzeilen wie Trommelschläge des Untergangs erklangen. Auch die Bildung wurde nicht verschont. Stellen Sie sich vor, in den 1930er Jahren Schüler zu sein und einen Klassenraum zu betreten, der seiner intellektuellen Vielfalt beraubt wurde. Der Lehrer, einst ein Mentor, jetzt ein Sprachrohr, beginnt den Tag mit einem Heil-Hitler-Gruß. Lehrbücher werden von dekadenten Gedanken gereinigt und an ihrer Stelle sind Lektionen, die die arische Überlegenheit verherrlichen. Klassische Literatur wird durch Mein Kampf ersetzt. Mathematische Probleme beinhalten ballistische Berechnungen für Artillerie und der Sportunterricht wird zum paramilitärischen Training. Es war ein Lehrplan, der darauf ausgelegt war, Compliance zu produzieren, nicht Köpfe zu kultivieren. Aber was ist mit den Kirchen? In einem Land, das tief in christlichen Werten verwurzelt ist, könnte man erwarten, dass innerhalb dieser geheiligten Mauern ein Zufluchtsort vor dem Totalitarismus besteht. Denk nochmal nach. Unter der Politik der Gleichschaltung wurde selbst die Spiritualität reglementiert. Die protestantischen Kirchen wurden zur Reichskirche zusammengefasst. Angeführt von Ludwig Müller, einem Bischof, der dem Führer treuer war als dem Vater. Kreuze wurden durch Hakenkreuze ersetzt und Hymnen durch Nazi-Hymnen. Die katholische Kirche, durch das Reichskonkordat von 1933, glaubte, sie könnte ihre Unabhängigkeit bewahren, indem sie einen Vertrag mit dem Teufel unterzeichnete, nur um festzustellen, dass sie in Kompromissen gefangen war, die ihre moralische Autorität untergruben. Auch die wirtschaftliche Arena wurde zu diesem heimtückischen Tanz choreografiert. Die deutsche Arbeitsfront verschluckte die freien Gewerkschaften und Unternehmer stellten fest, dass ihre Unternehmen entweder arisiert oder auf die Kriegsanstrengung ausgerichtet wurden. Die Reichweite des Regimes erstreckte sich auf die Börse, die Fabriken und sogar die Felder der Bauern. Jedes Zahnrad in der Wirtschaftsmaschine wurde neu kalibriert, um das Dritte Reich anzutreiben. Für diejenigen, die versuchten, Widerstand zu leisten, wurde das düstere Finale oft an Orten wie den Folterkammern der Gestapo oder den Konzentrationslagern inszeniert. Namen wie Heinrich Himmler und Reinhard Heydrich, Architekten des Terrors, waren wie Dirigenten, die sicherstellten, dass jede Note des Leidens perfekt war. Im Schatten der Walküren, das Paradoxon der nationalsozialistischen Weiblichkeit. Stellen Sie sich vor, Sie blättern Anfang der 30er Jahre durch eine glänzende deutsche Zeitschrift. Sie könnten auf ein Bild stoßen, das im krassen Gegensatz zur modernen Wahrnehmung des nationalsozialistischen Deutschlands steht. Eine Frau in einem fließenden Abendkleid, die einen Strauß Lilien festhält. Ihr Gesicht strahlt vor Glück. Diese rätselhafte Figur ist Gertrud Scholz-Klink, die ranghöchste Frau im Dritten Reich. Als Leiterin des nationalsozialistischen Frauenbundes verkörperte sie eine verblüffende Dichotomie. Die Erhebung arischer Frauen zu mythischen Ausmaßen, während sie gleichzeitig an erstickende häusliche Rollen gefesselt wurden. Scholz-Klinks hochfliegende Rhetorik sprach von Frauen als Säulen der Volksgemeinschaft und malte sie als Göttinnen der Fruchtbarkeit und Symbole rassischer Reinheit. Aber diese Vergöttlichung hatte ihren Preis, ein eisernes Set von familiären Pflichten, das Frauen an das Zuhause band. Betrachten Sie zum Beispiel den Reichsmütterdienst, eine Institution, die direkt aus einem düsteren Märchen zu stammen schien. Das war eine Schule, aber nicht die Art, zu der man seine Töchter gerne schicken würde. Der Lehrplan war eindeutig. Lernen, Mutter zu sein. Hier wurde jungen Frauen beigebracht, dass ihr Wert untrennbar mit der Anzahl der Kinder verbunden war, die sie gebären konnten. Selbst Hitler bot eine düstere Interpretation familiärer Wärme und erklärte, die Aufgabe der Frau ist es, schön zu sein und Kinder auf die Welt zu bringen. Die Ironie war nicht zu übersehen. Das Regime, das die Mutterschaft idealisierte, riss paradoxerweise viele Frauen aus ihren Berufen als Lehrerinnen, Ärztinnen oder Anwältinnen. Betrachten Sie das Gesetz zur Verringerung der Arbeitslosigkeit im Jahr 1933, das jungen arischen Paaren Darlehen gewährte, um zu heiraten, jedoch nur unter der Bedingung, dass die Frau ihren Beruf aufgab. Es ging nicht um wirtschaftliche Entlastung, sondern darum, einen häuslichen Bereich zu gestalten, in dem die Ambitionen der Frauen gezähmt und ihre Flügel gestutzt wurden. In dieser perversen Realität wurde das Archetyp der idealen arischen Frau zwischen der mythischen Walküre, der Kriegerjungfrau der nordischen Legende und der eingeschränkten Figur der traditionellen deutschen Hausfrau eingeklemmt. Doch die nationalsozialistische Ideologie war pragmatisch, wenn sie es sein musste. Als der Krieg Männer an die Front saugte, wurden Frauen widerwillig aus ihren Herden gezogen und in Fabriken gestoßen. Das war keine Ermächtigung, sondern Zweckmäßigkeit. Die Frau, die gestern noch auf häusliche Pflichten beschränkt war, montierte nun Munition oder arbeitete in arbeitsintensiven Industrien, während die gesellschaftliche Botschaft unverändert blieb. Ihre ultimative Rolle ist zu Hause, als Mutter und Ernährerin. Aber nicht alle Frauen entschieden sich, auf diese Rollen beschränkt zu bleiben. Einige nahmen aktiv am Widerstand teil, wie Sophie Scholl, eine junge Frau, die Teil der Widerstandsgruppe Weiße Rose war und das monolithische Narrativ über die nationalsozialistische Weiblichkeit herausforderte. Ihre mutigen Taten und ihre letztendliche Hinrichtung erinnerten die Welt daran, dass Frauen genauso mutig und widerstandsfähig sein können wie Männer, selbst wenn die Welt sie darauf reduzieren wollte, nur Kanäle für zukünftige Generationen zu sein. Samen der Zwietracht säen. Die verlorenen Kindheiten von Hitlers Dämmerreich. Stellen Sie sich einen Spielplatz vor, der vor Kindern wimmelt und deren Lachen in der Luft klingt. Stellen Sie sich nun vor, dass sich diese idyllische Szene in etwas weitaus Unheilvolleres verwandelt. Einen Ort, an dem jugendliche Begeisterung genutzt wird, um eine Maschine des Hasses und des Fanatismus zu befeuern. Willkommen in der beunruhigenden Welt der Hitlerjugend, in der die Unschuld der Kindheit oft durch eine tief verwurzelte Indoktrination ersetzt wurde, die darauf abzielte, formbare Köpfe in fanatische Anhänger der nationalsozialistischen Ideologie zu verwandeln. Die Gründung der Hitlerjugend im Jahr 1926 war kein bloßer Akt der Schaffung eines neuen Clubs für Jugendliche. Es war eine kalkulierte Initiative, um die Grundsätze des Nationalsozialismus in eine ganze Generation zu infundieren. Bis zum Jahr 1936 war dies kein Phänomen mehr, bei dem man sich freiwillig beteiligen konnte. Es war gesetzlich vorgeschrieben, dass alle arischen Kinder Mitglieder sein mussten. Baldur von Schirach, der Reichsjugendführer, leitete diese Massenindoktrination, eine Rolle, die er mit fanatischem Eifer verkörperte. Seine Mission? Eine Nation junger Soldaten zu schaffen, ideologische Krieger, die die Reinheit der deutschen Rasse bewahren und Hitlers Vision in die Zukunft tragen würden. Im Mittelpunkt dieser Transformation stand ein hinterhältiger Lehrplan, meisterhaft entworfen, um das Undenkbare schmackhaft zu machen. Den Kindern wurden Lehrbücher in die Hand gegeben, die versuchten, die Geschichte umzuschreiben und die Moral neu zu definieren. Weg waren Lektionen über Mitgefühl und Einheit. An ihrer Stelle kamen verzerrte Fakten, die jungen Menschen beibrachten, Juden, Kommunisten und jeden, der als minderwertig angesehen wurde, zu verachten. Selbst die alten Märchen verwandelten sich in düstere Geschichten, um die arische Vorherrschaft zu verherrlichen. Aber dies war keine isolierte Handlung. Es war eine allgegenwärtige, weitreichende Kampagne. Erinnern Sie sich an Leni Riefenstahls berühmten Propagandafilm »Triumph des Willens«. Er zeigte eine weitläufige Szene mit tausenden von Mitgliedern der Hitlerjugend und gab den Zuschauern einen Einblick in das Ausmaß dieser Indoktrination. Die Jugend wurde nicht nur gelehrt zu hassen, sondern auch, diesen Hass in die Tat umzusetzen. Trainingsübungen beinhalteten oft körperlich anstrengende Aktivitäten, um die Jugend zu einem Inbegriff arischer Stärke zu formen. Als diese Kinder die Pubertät erreichten, waren viele vollständig auf den Militärdienst vorbereitet. Die Jungen, insbesondere, nahmen an Kriegsspielen teil, die tatsächliche Kampfsituationen simulierten, oft mit scharfer Munition. Auch die jungen Mädchen wurden nicht verschont. Mitglieder des Bundes Deutscher Mädel wurden gelehrt, die Rolle der Mutterschaft zu vergöttern und in ihnen die gleiche störende Ethik zu verankern, die Frauen als bloße Gefäße für die Vermehrung der arischen Rasse sah. Dann gibt es die berüchtigte Geschichte des zwölfjährigen Alfred Zech, genannt Lupus, der Mitglied der Wehrwolfbewegung war, eine Erweiterung der Hitlerjugend. In den letzten Tagen des Krieges war Lupus für die Hinrichtung eines abgestürzten amerikanischen Piloten verantwortlich. Dieser junge Junge, so tief verzerrt durch die Ideologien, mit denen er gefüttert wurde, wurde zu einem Miniaturmonster, das eine verstörende Mischung aus jugendlicher Unschuld und makabrer Grausamkeit zeigte. Unter den emblematischen Hakenkreuzen und Kampfliedern war das Ziel, die familiären Bindungen zu brechen, die den ideologischen Griff des Regimes infrage stellen könnten. Die Vorstellung war einfach und doch bösartig. Trennen sie die Jugend vom Einfluss ihrer Familien und sie können ihre Überzeugungen so formen, dass sie mit der Erzählung des Staates übereinstimmen. Kinder wurden ermutigt, ihre eigenen Eltern zu melden, wenn sie jemals gegen die Regierung sprachen und verwandelten den heiligen Raum des Hauses in eine Arena des Misstrauens und der Angst. Blutgeld, die finstere Alchemie der wirtschaftlichen Ausbeutung durch die Nazis. Im bedrohlichen Unterbauch der Kriegsmaschinerie des nationalsozialistischen Deutschlands befand sich ein komplexes Netzwerk, das nicht nur aus den Fäden von Ideologie und militärischer Macht gesponnen war, sondern auch aus den schmutzigen Fasern wirtschaftlicher Ausbeutung. Dies war ein Reich, das nicht nur auf Panzern und Bomben aufgebaut war, sondern auch auf gestohlener Kunst, konfiszierten Ressourcen und, am erschreckendsten, auf menschliche Arbeit, die auf den Status von verbrauchbaren Waren reduziert wurde. Als die Wehrmacht sich durch Europa wälzte und Nationen in ihrem unersättlichen Rachen verschlang, brachte sie eine Armee von Bürokraten und Ökonomen wie Walter Funk, den Reichsminister für Wirtschaft, mit sich. Ihre Kassenbücher mögen gewöhnlich erschienen sein, waren aber in Wirklichkeit Kataloge der Plünderung. Die nationalsozialistischen Wirtschaftspolitiken in besetzten Ländern waren nicht für das Wohl der Eroberten konzipiert, sie waren darauf ausgelegt, die unersättliche deutsche Kriegsmaschine zu speisen. Innerhalb von Tagen nach dem Einmarsch der deutschen Armee in Paris wurde beispielsweise der Louvre überfallen. Unbezahlbare Kunst wurde abtransportiert, um die Häuser von Nazi-Beamten zu schmücken und die Staatskassen zu füllen. Diese Artefakte waren die Juwelen in einer dunklen Krone der Ausbeutung, zu der auch natürliche Ressourcen wie Kohle aus Frankreich und Öl aus Rumänien gehörten. Doch selbst natürliche Ressourcen verblassten im Vergleich zur groteskesten Form des wirtschaftlichen Missbrauchs, der Sklavenarbeit. Die Beute war nicht nur materiell, sie war menschlich. Schätzungsweise zwölf Millionen Menschen wurden zur Zwangsarbeit gezwungen, ihr Leben in wirtschaftliche Einheiten, in einer bösartigen Form der Alchemie umgewandelt. Betrachten Sie den erschreckenden Spitznamen, der der Initiative gegeben wurde, die versuchte Kinder aus Osteuropa zur erzwungenen Germanisierung und Arbeit zu entführen, die Heu-Aktion. Es war, als wären diese jungen Seelen bloßes Heu, das geerntet werden sollte. Vergessen wir aber nicht das weitverzweigte Netzwerk von Konzentrations- und Arbeitslagern, das Europa wie Geschwüre auf einem verfallenden Körper übersäte. Namen wie Auschwitz und Dachau sind für immer in die Geschichtsbücher eingraviert als Todeslager, aber sie waren auch Orte der erzwungenen Arbeit. Gefangene wurden an Unternehmen vermietet, einschließlich einiger bekannter Unternehmen, die heute noch existieren, um unter brutalen Bedingungen zu arbeiten. Die SS profitierte sogar direkt von diesem Menschenhandel, indem sie eine Leasinggebühr berechnete. Männer, Frauen und sogar Kinder wurden zu Zahnrädern in diesem industriellen Albtraum gemacht. Ihre Arbeit trug zur deutschen Kriegswirtschaft bei. Man könnte argumentieren, dass die schrecklichste Illustration dieser Ausbeutung im Bau der V-2-Raketen lag. Werner von Braun, der Mann hinter dem Raketenprogramm Deutschlands und später eine Schlüsselfigur B.A. der Mondlandung der NASA, war sich durchaus bewusst, dass die V-2-Raketen von Zwangsarbeitern aus Konzentrationslagern gebaut wurden. Die Raketen waren ein technologisches Wunderwerk, doch ihre Produktion war im Blut und Schweiß der Unterdrückten getränkt. Diese Verbindung von technologischer Innovation und menschlicher Ausbeutung wurde vielleicht am anschaulichsten in den Operationen der Reichswerke Hermann Göring, eines industriellen Konglomerats, eingefangen. Sie spielte eine Doppelrolle sowohl bei der Waffenproduktion als auch bei der Plünderung besetzter Gebiete. Hermann Göring, nachdem das Unternehmen benannt wurde, erklärte im Jahr 1942, ich beabsichtige zu plündern, und das gründlich. Sein Reich hinterließ eine Spur von ausgebeuteten Ländern und unterjochten Völkern in ganz Europa. Unterirdisches Donnern, die unbesungenen Chöre des Widerstands im nationalsozialistischen Deutschland. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Luft dick vor Misstrauen ist, wo ein falsches Wort oder ein Blick ihr Schicksal besiegeln könnte. Inmitten dieser allgegenwärtigen Angst flackern Funken menschlichen Mutes in den dunklen geheimen Ecken des nationalsozialistischen Deutschlands. Widerstand in diesem Regime war nicht nur eine Handlung. Es war ein kühnes Spiel, ein Spiel mit hohen Einsätzen, bei dem die Währung das Leben selbst war. Während die Zahnräder der nationalsozialistischen Kriegsmaschine voranrollten und diejenigen auf ihrem Weg niedermähten, sammelten sich kleine Akte des Widerstands wie geheime Stürme in der Atmosphäre des Totalitarismus. Sophie Scholl und ihr Bruder Hans, Gründer der Weißen Rose Bewegung, sind vielleicht einige der emblematischsten Figuren in dieser Erzählung. Eine Gruppe von Universitätsstudenten, desillusioniert von der hässlichen Realität der nationalsozialistischen Ideologie, organisierten eine Kampagne zur anonymen Verteilung von Flugblättern, die zum aktiven Widerstand gegen Hitlers Regime aufriefen. Obwohl ihre Lebenskraft durch die Guillotine ausgelöscht wurde, leben ihre Worte weiter. Sophies letzte Verkündung, so ein schöner, sonniger Tag und ich muss gehen, erfasst die schmerzhafte Schönheit ihres Kampfes, ein Opfer, das durch das jugendliche Versprechen, das sie verkörperten, noch eindringlicher gemacht wurde. Die Edelweißpiraten, eine Jugendgruppe, die mit der starren Indoktrination der Hitlerjugend unzufrieden war, bieten eine weitere fesselnde Geschichte des Widerstands. Gekleidet in ihrer rebellischen Kleidung, ein kariertes Hemd und eine metallene Edelweißblume an ihrem Revier, sangen sie antinarzistische Lieder und verübten Sabotageakte. Das waren Teenager, bloße Kinder, die die Last des Widerstands übernahmen. Sie waren keine ideologischen Krieger, sondern widerspenstige Geister, die sich gegen ein System stellten, das darauf abzielte, ihre Individualität zu zerquetschen. Widerstand blühte auch in den unwahrscheinlichsten Gärten, wie dem konservativen deutschen Militär. Das 20. Juli-Komplott, von Oberst Klaus von Stauffenberg und seinen Gefährten inszeniert, zielte darauf ab, Hitler zu ermorden und die Kontrolle über die Regierung zu übernehmen. Ihre Handlung war eine verzweifelte, kalkulierte Tat. Der letzte Würf eines Würfels von Männern, die gesehen hatten, wie ihr geliebtes Deutschland in die Irre geführt wurde. Trotz seines letztendlichen Scheiterns bleibt das Komplott ein Zeugnis für die Brüche in selbst, den scheinbar monolithischsten Regimen. Wenn das 20. Juli-Komplott eine Symphonie koordinierter Akte war, dann waren die Swing-Jugendlichen die improvisierenden Jazz-Künstler des deutschen Widerstands. Sie trafen sich illegal, um verbotene amerikanische Musik zu hören, eine subtile Form des kulturellen Widerstands, die ihre politischen Implikationen verbarg. Jazz war mehr als nur Musik. Es war ein Symbol der Freiheit, ein kühner Schlag ins Gesicht der starren kulturellen Normen, die vom Reich auferlegt wurden. Diese Taschen des Widerstands erstreckten sich über die Grenzen Deutschlands hinaus. Im besetzten Frankreich sabotierten die Marquis, ländliche Guerilla-Banden von französischen Widerstandskämpfern, Eisenbahnschienen und störten deutsche Versorgungslinien. In Dänemark bewahrte ein beispielloser Akt kollektiven Widerstands fast 8000 Juden vor der Deportation. Diese Geschichten erstrecken sich über verschiedene Formen, Größenordnungen und Ergebnisse, teilen jedoch einen gemeinsamen Geist des Aufstands. Bemerkenswerterweise fanden selbst in Konzentrationslagern wie Auschwitz und Sobibor Akte des Widerstands statt. In Sobibor führte ein vollständiger Aufstand unter der Leitung von Alexander Petschersky, einem sowjetischen Kriegsgefangenen, zu einer Massenflucht, die den unbeugsamen menschlichen Willen auch unter den härtesten Bedingungen zeigte. Tore ins Nirgendwo. Die erschreckenden Labyrinthe von Auschwitz, Sobibor und Treblinka. Als die Gefangenen nach einer Fahrt in einem engen, stickigen Zug in Auschwitz, Sobibor oder Treblinka ausstiegen, wurden sie mit einem surrealen Albtraum konfrontiert. Eiserne Tore ragten empor und erklärten in verdrehter Ironie, Arbeit macht frei. Aber diese Tore waren Portale in eine labyrinthische Hölle, ein finsteres Rätsel, bei dem die Flucht fast unmöglich war und der Minotaurus, der seine Korridore durchstreifte, der Tod in vielen Gestalten war. Die Welt außerhalb dieser Lager schien wie ein ferner Traum, ein Paralleluniversum, das in der klaustrophobischen Düsternis von Konzentrations- und Vernichtungslagern kaum vorstellbar war. Kommandant Rudolf Höss von Auschwitz, ein Mann, dessen Name zum Synonym für die Mechanik des industriellen Todes wurde, bemerkte einmal erschreckend, dass er den gesamten Prozess als eine Angelegenheit der Industrie betrachtete. Diese Industrie hatte ihre eigene Arbeitskraft, unschuldige Seelen, die in Nummern umgewandelt, entmenschlicht, ihre eigene Identität beraubt wurden. Hier war ihr Name irrelevant. Sie waren eine tätowierte Reihenfolge auf einem vom Wetter gezeichneten Arm. Und dennoch gab es in diesem mechanisierten Fegefeuer Geschichten, die sich keiner einfachen Kategorisierung unterwarfen. Nehmen Sie Primo Levi, einen Chemiker, der seine wissenschaftlichen Fähigkeiten nutzte, um Auschwitz zu überleben, und seine Erfahrungen im bahnbrechenden Werk »Ist das ein Mensch« festhielt. Sein Leben wurde zu einem Akt des intellektuellen Widerstands, einer Aussage gegen die erdrückende Anonymität, die die Lager zu verhängen suchten. In Sobibor, wo die Erde selbst an den Gräueltaten zu beteiligen schien, indem sie die Asche ihrer Opfer verschlang, nahm die Erzählung des Widerstands einen fast mythischen Farbton an. Im Oktober 1943 organisierten Insassen einen Aufstand, ihre Waffen aus aufgesammelten und gestohlenen Materialien gefertigt. Als der Rauch sich legte, waren 300 entkommen, obwohl die meisten wieder gefangen genommen und getötet wurden. Doch die Kühnheit ihrer Tat zwang die Nazis, das Lager zu schließen, fast als ob die bloße Kraft ihres Widerstands den Boden vergiftete, auf dem das Lager erbaut war. Treblinka war eine weitere Schicht in dieser höllischen Landschaft, sein Name in die Geschichte eingraviert als eines der tödlichsten Vernichtungslager. Doch es war auch die Heimat von Geschichten der Widerstandsfähigkeit, die die Chancen trotzte. Das Lager war so geheimnisvoll, dass es als ein schwarzes Loch beschrieben wurde, aus dem niemand lebend herauskam. Samuel Willenberg, einer seiner wenigen Überlebenden, gelang jedoch die Flucht während des Treblinka-Aufstands von 1943. Er verbrachte den Rest seines Lebens damit, seine Erfahrungen durch Kunst darzustellen und das Unaussprechliche in visuelle Erzählungen zu verwandeln, als ob er den Schleier der Unsichtbarkeit herausforderte, den Treblinka sein sollte. Und vergessen wir nicht Jan Karski, ein Mitglied des polnischen Untergrunds, der eine gefährliche Mission unternahm, um die Welt über die Schrecken zu informieren, die er in den Lagern gesehen hatte. Seine Aussage, die oft als unglaubwürdig abgetan wurde, steht heute als vernichtende Anklage gegen die weltweite Gleichgültigkeit. Der SS-Offizier der Nazis, Heinrich Himmler, sagte einmal, die beste politische Waffe ist die Waffe des Terrors. Grausamkeit gebietet Respekt. Er sah die Lage als Fabriken der Angst, die nicht nur dazu bestimmt waren, zu töten, sondern zu terrorisieren, um das vernichtende Wirken der Grausamkeit im menschlichen Bewusstsein zu prägen. Aber was er unterschätzte, war die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes. Sogar im dunkelsten Abgrund fanden die Menschen Wege, ihre Menschlichkeit festzuhalten. Flüchtige Akte der Freundlichkeit, ein geschmuggeltes Lebensmittelbissen, eine verbotene Umarmung, ein Lied, das in gedämpften Flüstern gesungen wurde. Wagen und Schatten, die Nürnberger Prozesse und die Suche nach einer gerechten Nachwirkung. Als der Staub des Krieges sich schließlich legte, musste die Welt sich den Geistern stellen, die in den Schrecken der Nazi-Greueltaten Gestalt angenommen hatten. Aus diesen heimgesuchten Landschaften entstand eine juristische Odyssee, ein monumentales Unterfangen, um die Drahtzieher unvorstellbarer Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Dies war das Schmelzfeuer von Nürnberg, ein Gerichtssaal, der in ein Theater verwandelt wurde, in dem die Geschichte sowohl der Kläger als auch das Publikum war, das gespannt zusah, wie die Wagen der Gerechtigkeit unter dem Gewicht menschlicher Brutalität zitterten. Inmitten der Ruinen eines zerbrochenen Kontinents begannen die Nürnberger Prozesse am 20. November 1945. Es war ein Spektakel, das die Tragödien von Sophokles und Shakespeare in den Schatten stellte. Alle Charaktere waren anwesend, die stoischen Richter, die hochrangigen Angeklagten, angeführt von Hermann Göring, die undurchdringlichen Staatsanwälte und ein Kaleidoskop von Zeugen, von denen einige noch die tätowierten Narben aus Konzentrationslagern trugen. Ein neugieriges Detail stach heraus. Die Übersetzer, ausgestattet mit damals hochmoderner IBM-Technologie, die die Verhandlungen fast sofort in vier Sprachen umsetzten. Es war, als ob der Prozess selbst einen Turm von Babel benötigte, um das Gewicht seiner Bedeutung zu tragen. Hier konfrontierte die Menschheit zum ersten Mal Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ein juristischer Begriff, der geschaffen wurde, um das Unfassbare zu erfassen. Die Anklagen umfassten Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden und Völkermord. Es gab Momente, die die sterile Atmosphäre des Gerichtssaals mit scherbenroher Emotion durchbrachen. Zum Beispiel, als die überlebende Marie-Claude Vaillant-Couturier ihre herzzerreißende Zeugenaussage über das Leben in Auschwitz gab, schaute selbst der ausdruckslose Göring weg, als wären ihre Worte Glassplitter, die seine Fassade zerrissen. Der Mann im Zentrum der Prozesse, der Hauptankläger der Vereinigten Staaten, Robert H. Jackson, beschrieb Nürnberg als eine der bedeutendsten Ehrungen, die die Macht jemals der Vernunft gezollt hat. Doch die Vernunft schien an einem dünnen Faden zu hängen. Als der Psychologe Gustav Gilbert Göring interviewte, war er erstaunt, einen Mann zu entdecken, der nicht in den speichelfleckigen Schreien eines rasenden Ideologen sprach, sondern mit den vernünftigen Tönen eines Bürokraten. Hier war ein Labyrinth von moralischen Komplexitäten, das kein Gerichtssaal leicht navigieren konnte. Das Ergebnis von Nürnberg hallte weit über die verhängten Urteile hinaus. Es war eine Büchse der Pandora, deren Inhalt in die Welt entlassen wurde, die die Entstehung der Vereinten Nationen prägte und die Schaffung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte katalysierte. Doch es blieben auch beunruhigende Fragen. Könnte Gerechtigkeit jemals eine ausreichende Wiedergutmachung für unwiderruflich zerstörte Leben sein? Und was ist mit denen, die dem Blick des Gerichts entkamen, wie Adolf Eichmann, der bis zu seiner Festnahme im 1960 in Argentinien ein Leben von beunruhigender Normalität führte? In den schattigen Winkeln der Geschichte traten andere Figuren hervor, um die Nürnberger Erzählung herauszufordern. Personen wie John Demjanjuk, ein ukrainisch-amerikanischer Automechaniker, der beschuldigt wurde, der berüchtigte Wächter Ivan der Schreckliche im Vernichtungslager Treblinka zu sein. Sein Prozess, der Jahrzehnte nach Nürnberg stattfand, fügte dem komplexen Geflecht der Nachkriegsverantwortung eine weitere Schicht hinzu. Wenn der Vorhang über diesem Wandteppich unvorstellbaren menschlichen Leidens fällt, dürfen wir das Buch nicht zu hastig schließen. Zu vergessen bedeutet, der Tyrannei ihren fruchtbarsten Boden zu geben. Das vergessen. Wir sind durch die labyrinthartigen Schrecken des nationalsozialistischen Deutschlands gereist. Von den Nürnberger Gesetzen, die juristische Pergamente befleckt haben, bis zu den rauchenden Schornsteinen von Auschwitz. Wir haben gesehen, wie Propaganda die Gesellschaft in gefügige Zuschauer verwandelte und wie Widerstandsbewegungen, obwohl sie zerbrechlich waren, wie Kerzenflammen in einem Sturm, versuchten einen Weg zur Auflehnung zu erhellen. In den Worten von George Santayana Diejenigen, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern können, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen. Wenn wir uns jetzt trennen, mögen diese Geschichten nicht als ferne Echos einer vergangenen Ära dienen, sondern als ernste Noten in einer fortwährenden Symphonie. Einer Symphonie der menschlichen Zivilisation. Einer Komposition, die uns, wenn wir genau hinhören, lehren kann, sicherzustellen, dass solch eine Dunkelheit nie wieder die Hauptrolle übernimmt. Denken Sie daran. Das Überleben im nationalsozialistischen Deutschland war nicht nur eine Frage von Mut oder Glück. Es war ein russisches Roulette, das von einer totalitären Ideologie diktiert wurde, beladen mit Vorurteilen, die ihre Opfer willkürlich auswählten. Und so, während wir weiterhin neue Kapitel in unserer gemeinsamen Geschichte schreiben, lassen Sie uns unsere Federn mit Weisheit führen und sicherstellen, dass die Tinte, die wir verwenden, nicht die gleiche ist, die einst Gräueltaten verfasst hat. Vielen Dank, dass Sie mich auf dieser schwierigen Reise begleitet haben. Lassen Sie uns das zählen lassen. Lassen Sie uns das zählen lassen.